Ich bin Prinzessin Latte und ich hab vor nichts Angst. Igel sind einsame Kreaturen. Muss auch nicht sein. Ich komm sehr gut allein zu dich. Ihr habt ein ernstes Problem. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fluss keinen Tropfen Wasser mehr führt. Ein tapferer Held muss in den Bärenwald reisen, um die Quelle zu retten. Bringt ihr den magischen Wasserstein zurück? Dieser Unsinn kostet uns nur kostbare Zeit. Ich hol den Stein. Der Igel ist ja noch durchgeknallter als dieser alte Vogel. Ein schlichtes Danke wäre jetzt angebracht. Nach dem beliebten Kinderbuch. Das ist hier total gefährlich. Überall lungern wilde Tiere rum. Von wegen gefährlich. Hier ist weit und breit kein... Oh oh. Lauf! Ein winziger Igel und ein zotteliges Eichhörnchen wollen den magischen Wasserstein klauen. Ihr werdet euch noch wundern, was ich alles kann. Wenn ich erstmal den Wasserstein hab, wird alles anders. Begleite zwei unzertrennliche Freunde. Warte, pass auf! Auf einem unglaublichen Abenteuer. Wir müssten unbedingt zusammenbleiben. Wir, du kommst meinem Freund zu nah. Erstmal musst du mich aus dem Weg räumen. Ich vermisse meine Familie. Keine Sorgen, wir schaffen das. Der Stein ist mein. Okay, jetzt bin ich schwer beeindruckt. Du bist der Allerbeste. Latte Igel und der magische Wasserstein. Sind wir gut oder sind wir gut? De nächstes im Kino.